Oh, wieder in touch! Hello! Zurück zu einem neuen Vlog. Wieder aus meinem Zimmer. Ich bin schon seit 2-3 Stunden wach und hab gerade noch ein paar Telefonate geführt. Und zwar wird bald auf mein Vlog-Tanel etwas kommen. Da brauche ich mich schon mega Freue und davon weiß noch fast keiner. Ich weiß, ihr Zuschauer hasst es wahrscheinlich, wenn YouTuber immer irgendwas so anfangen, über irgendwas anfangen zu erzählen und dann aber nicht sagen, worum es geht. Aber ich kann nicht sagen, es geht. Also es hat nichts mit YouTube zu tun, sondern was in meinem Privatleben. Und ich werde euch auf dem Vlog-Tanel mitnehmen. Und ich habe eben noch mein Video fertig geschnitten, was heute kommt. Mit meinem Bruder. Dieses Video, ne? Ich habe in der Zeit zwischen Hochladen, Nicht-Hochladen, Hochladen, Nicht-Hochladen, Hochladen, Nicht-Hochladen, Hochladen, Nicht-Hochladen gespankt. Weil es war so ein richtiger Zwiespalt irgendwie. Weil mein Bruder und ich beide hatten so ein bisschen Angst, dass es zu langweilig wird. Und ich habe auf Snapchat und Twitter nachgefragt, ob ihr es denn noch sehen wollt. Und alle meinten es, ja, wir wollen es trotzdem sehen. Und dann dachte ich mir die ganze Zeit so, ja, ist ja klar, dass wir es alle sehen wollen. Aber am Ende werden trotzdem bestimmt alle schreiben, dass es langweilig ist und so. Aber ich kenne ja meine Angst, dass immer meine Videos langweilig sind. Auf jeden Fall habe ich mich aber letztendlich doch dazu entschlossen, es hochzuladen. Weil ich mir so dachte, ich kann nicht die ganze Zeit von diesem Video reden und es am Ende nicht hochladen. Deswegen, ja. Ich habe auch für heute noch eine kleine To-Do-Liste. Ich habe auch schon ein paar Sachen davon gemacht. Ich habe übrigens eine neue Playlist auf Spotify öffentlich gemacht. Verlinke ich euch mal in die Infobox. Hier heißt Jamming with Easy. Ja. So. Sehe ich auch wieder ein bisschen fresher aus. Bei diesem Lied. Habe ich das auf meinem Blog-Channel eigentlich erzählt. Ich weiß nicht, ob ich es nur auf Snapchat erzählt habe. Übrigens, auf Snapchat heiße ich Ishtar Sarah Isig. Nee, nee. Mit diesem Lied verbinde ich immer einen sehr schrecklichen Moment. Auf jeden Fall hatte ich da einmal auf Snapchat, hatte ich mich so gefilmt, wie ich so zu diesem Lied so getanzt habe. Und dann war ich so richtig gut drauf und habe so gesagt, so ja, ich drehe jetzt ein Video. Und dann im nächsten Moment ist mir meine Kamera runtergefallen. Also meine Spiegelreflex-Kamera. Und das werde ich nie vergessen. Das war so ein richtiger Schock-Moment. Ich weiß nicht mehr genau, ob ich das auf meinem Blog-Channel erzählt habe. Auf jeden Fall war das so, die Kamera war hier drauf und ich wollte einfach nur den Akku reinmachen. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, war sie wohl nicht richtig eingerastet in diesem Teil drin. Und dann im nächsten Moment, bam, einfach auf den Boden geknallt. Und ich habe ja Fliesenboden und das ist wirklich mein Herz, ne. Und es ist nichts, also es ist nichts an sich in der Kamera passiert. Nur diese Blende vorne ist kaputt gegangen. Aber die ist ja an sich nicht so teuer. Aber wirklich wäre die Kamera kaputt gegangen. Vor allem, ich habe mir erst vor kurzem ein neues Objektiv gekauft, was ja mega teuer war. Und ich hätte, glaube ich, richtig geheult, wenn sie kaputt gegangen wäre. Naja, nochmal Glück gehabt. Ich habe es so emotional, obwohl ich nicht mehr einen Ex habe. So, nächster Schritt auf meiner To-Do-Liste. Zimmer aufräumen. Und... Yeay! Es wäre schön, wenn das immer so schnell geht. Jetzt, was mir gerade auffällt, dieses Teil da hängt immer noch seit letztem Jahr Weihnachten an der Wand. Ich hatte ja damals bei meinem Room-Decor-Dingens-Video für Weihnachten, hatte ich hier so eine Fotowand. Und das Teil habe ich damals dran gelassen, weil ich nicht direkt dran kam und ich war mir zu faul, einen Stuhl zu holen. Dann hängt das nämlich das ganze Jahr da. Es ist schon ein Jahr her. Ja, die Zeit vergeht so schnell. So, ich hack jetzt mal Zimmerabräumen von meiner Liste auf. Findet ihr auch, an To-Do-Listen ist immer das Geilste, die Sachen abzuhaken. Das ist sicher der Zimmeraufraum gar nicht draufgeschrieben. Ich schreibe es jetzt nochmal auf, nur um es abhaken zu können. So, so richtig, so richtig Opfer, ey. Ja! Habt ihr gerade bei dem Magenknurrenhahn? Ich hab heute noch nichts gegessen. Ich hab jetzt einfach so Teil dem Sandwich-Maker gemacht. Das esse ich jetzt und währenddessen schaue ich mir neue Videos an aus meiner Abo-Box. Ich hab viel zu schnell gegessen und jetzt ist mir schlecht. So, ich hab jetzt gerade die ganze Zeit Kommentare unter meinem neuen Video durchgelesen. Also, das Video hab ich jetzt von... Hallo! Hallo! Hab ich jetzt von online gestellt und es kommt gut bei euch an. Ja, das freut mich. Jetzt gleich mach ich mich erstmal fertig, weil ich wollte ja heute eigentlich noch in die Stadt. Weil ich mir ein paar Sachen besorgen muss. Ich chill immer nach meiner Jogginghose. Ich würde am liebsten einfach in die Jogginghose in die Stadt gehen. So, ich hab mich jetzt soweit fertig gemacht. Ich glaub, ich bin viel zu dünn angezogen. Kennt ihr das immer, diese Zeit, in der man auch nicht einsehen will, dass man eine dickere Jacke anziehen muss. Wobei, es ist gar nicht so kalt draußen. Egal. Mein Vater muss auch in die Stadt, deswegen nimmt er mich mit. So, ich bin jetzt in der Nibori-Galerie. Ähm, weil ich bin da kurz zu der Tour an. Ja, ich hoffe, die haben da das, was ich brauche. Ich hab mir da jetzt doch nichts gekauft, weil irgendwie war alles fast zehnmal so teuer wie bei Amazon. Deswegen schaue ich einfach nochmal bei Amazon und bestell mir das dann. Und jetzt, oh nein, oh, es ist schon dunkel. Es wird so schnell dunkel. Jetzt wird's angefangen zu regeln. Und jetzt, oh nein, oh nein. Oh nein. Oh nein. Den ganzen Tag schien die Sonne. Ach, genau jetzt. So ein Zeichen, dass ich nicht das Haus verlassen soll. Bei Butlers haben die schon die komplette, das komplette Weihnachtssortiment da. Ach, so krass. So krass, kaum ein Zeichen vorbei. So direkt erst in November schon Weihnachtssache. Ähm, ja. Ich traue mich wieder voll nicht hier zu vloggen, ey. Es ist so komisch, in der eigenen Stadt zu vloggen. Und hier gesehen, wie der Opa sich umgedreht hat. Ich muss übrigens eigentlich nur für Unterwäsche in die Stadt. Also, ich gehe jetzt erstmal zu Honkumela. Und danach will ich noch zu H&M. Und dann schaue ich weiter. Yes. Ich gehe irgendwie immer in Honkumela rein und kaufe mir nichts. Ich finde die neue, ähm, Kollektion von Silvi Mais eigentlich voll schön. Aber irgendwie, ich sehe es einfach nicht ein, für einen BH 40 Euro zu zahlen. So viel Geld. Also, es kommt drauf an. Bei manchen BHs habe ich auch schon mal mehr Geld ausgegeben. Aber so an sich vor allem. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber immer wenn ich dann, also bei Honkumela ist es ja so, man kommt da so rein und die fragen einen dann so direkt, ob sie einem helfen können und so. Und eigentlich ist es ja voll cool, wenn man wirklich Hilfe braucht. Aber ich bin halt so jemand, ich gucke einfach immer nur so. Und dann fühle ich mich direkt so voll unter Druck gesetzt irgendwie, dass die so voll drauf achten. Und dann so, also ich fühle mich dann immer so ganz komisch, wenn ich dann so reingehe und einfach direkt wieder rausgehe. Weil das ist halt meistens der Fall. Deswegen, ja. Ich gehe einfach jetzt zur H&M. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Eine Idee auch. Man hat immer irgendwie, also man hat natürlich so ganz viele BHs zu Hause, aber man hat immer noch einen bestimmten BH, den man so am liebsten mag. Also das ist immer bei mir. Es gibt immer so einen BH, da sitzt es einfach, sitzt es einfach immer am besten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist immer so mein Lieblings-BH. Ich glaube jedes Mädchen hat einen Lieblings-BH. Auf jeden Fall, ja. Ich habe jetzt schon einen gefunden. Es gibt irgendwie bei voll viel nicht mehr meine Größe. Das regt mich grad voll auf. Weil ich suche noch einen bestimmten. Ihr könnt mir ja immer schreiben, wo ihr am liebsten eure BHs einkaufen geht. Das würde mich mal interessieren. Also seid ihr mehr so bei teureren Ketten oder auch so günstigere? Ich gehe jetzt mal um Kleider. Ich verstehe nie, ob die Leute ihre Sachen nicht mit rausnehmen können. Ich finde das so richtig unhöflich. So schwer ist es nicht, die Sachen von hier zu der Stange drauf zu bringen. Auch wenn ich grad denken musste. Früher, als ich so angefangen habe BHs zu tragen, Und dann habe ich mich nie so getraut, so welche einkaufen zu geben. Beziehungsweise immer wenn ich in Zift meiner Mutter im H&M war, habe ich eben mal die BHs gegeben. Und ich habe gesagt, so halt die bitte in der Zift, wo wir hier durch den Laden gegangen sind. Weil ich immer Angst hatte, dass zum Beispiel Jungs aus meiner Schule irgendwie kommen würden und mich dann sehen mit den BHs. Ja, könnt ihr mir mal schreiben, ob es euch auch damals her ging. Mittlerweile. Also ich muss euch nicht unbedingt wedeln damit durch die Gegend trennen, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm im Endeffekt, weil es jeder fürs Mädchen die BHs tragt. Ja. So, ich bin jetzt mittlerweile aus NDR raus. Richtig krass, ey. Ich war so lange schon nicht mehr in Paderborn. Z.B. hey, wann war ich das letzte Mal in Paderborn? Eigentlich war das ja nicht so lange her. Aber ich habe einfach mal nicht mitbekommen, dass sie das, diesen Laden allerlei, das war so ein, so ein, ein Euroshop oder so, dass sie den da weg gemacht haben und wir jetzt einen Danunala haben. Voll cool. Hoho. Und ja, es regnet. Und ich mache mich jetzt, glaube ich, auf den Weg nach Hause. Ich habe meine Mission erfüllt. Ich habe zwar nur einen BH gekauft, weil der andere saß nicht so gut, aber immerhin. Wow, jetzt bin ich für einen BH in die Stadt gefahren. Unnötig. So, ich bin jetzt in der Liburikgalerie und warte auf meinen Vater. Guckt euch die mal an. Sind da? Ist da ja. Ja. Hi. Ich gucke, dass du so Stimper hier so? Ja. Ich liebe deine Videos. Danke schön. Bist du gerade dabei ein Video zu machen? Ja, ich vlogge gerade mit Vistum drauf. Ja, bitte. Ich habe hier gerade eine Zuschauerin getroffen. Wie heißt sie? Maria. Maria? Hallo! Möchtest du jemanden zu grüßen oder so? Ich kann auch noch mal zu grüßen. Meine beste Freundin. Okay, ich gebe grüße an dich. Danke. Vielen Dank. Danke, tschüss. Wo bleibt mein Vater? So, ich bin jetzt gerade wieder zu Hause. Meine beste Freundin hat mich wieder in einem Facebook-Video verlinkt. Wie andere im Turnen sind, wenn es Noten gibt und ich nur so. Sie kennt mich einfach zu gut. Das war echt immer so. Alter, ich habe Sportunterricht so gehasst. Nini. 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 Mou. Bist du was zu essen? Wie er schon losläuft, wenn er weiß, dass es Essen gibt. Ich zeig's euch jetzt mal. Los! Mein Bruder macht jetzt einen Tassenkuchen. Zwei Tassenkuchen. Ja, zwei, ein für mich, ein für sich. Er meint, er hat das perfekte Rezept gefunden. Weil wir haben schon öfters Tassenkuchen ausprobiert und die wurden irgendwie nie so gut. Und jetzt macht er eins. Aber wir haben leider keine Nutella mehr. Wir reden gerade darüber, dass ich mich eigentlich mal gerne in einem Fitnessstudio anmelden will. Aber es ist einfach so richtig, das ist einfach alles so teuer irgendwie. Weil die Fitnessstudios, die zum Beispiel jetzt hier in der Nähe sind, sind mir dann zu teuer. Und die, seien wir so wie so McFit oder so, da zahlt man so 20 Euro, das ist viel zu weit weg. Und dann müsste ich nochmal extra Busgeld zahlen. Und irgendwie zu Hause kann ich mich nie dazu motivieren, Sport zu machen. Aber ich fühl mich letztens so richtig träge. Aber wäre ich nur so motiviert wie mein Bruder. Dieser Moment, wenn kein Nutella mehr da ist. Dieser Moment. Wir haben jetzt Nusskatschi genommen. Eee, guck dir das mal an. Du musst richtig schnell und feste. Stimmt, man sieht echt nichts. Man sieht nur uns. Hä? Was ist das? Hat sich geklappt? Nein. Warum nicht? Hab ich mir was wie das? Nur weil du es mir zeigen wolltest. Das ist wirklich so ein Gefühl-Effekt. Das ist immer der Vorfülleffekt. Ja, jetzt ist es aufgegangen. Aber es geht wieder runter. Warte. Hä, das sieht noch richtig feucht aus. Nee, das sieht nur so aus. Aber innen drin. Ja. Zeig mal das andere. Hm, hm. Nein. Schmeckt es nicht? Nein. Schmeckt es echt nicht? Nicht so gut wie eigentlich. Es schmeckt so Nusskati. Toll! Ich will es gar nicht essen, ne? Papa hat wieder alles bekommen. Mh, Nusskati. Nusskati. Ich habe dich gerade richtig gefreut. Ich habe wirklich so Hunger. Mh, Nusskati. Weil ich so süß zu essen gebrochen. Oh, wie lange ist das jetzt schon drin, Herr Starr? Hä? Hä? Das ist ganz ruhig. Das ist eins. Wie du so guckst hast. Oh, 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 oh. Oh, mach ich dir das jetzt? Oh, das schmeckt nicht. Ich werde gar nicht mehr so schlecht. Von der Konsistenz und so ist voll perfekt, ne? Also so könnte man locker einen Kuchen machen. Ja. Ja. Der Test ist verstanden. Heiß! Heiß! Ja. Something in the way you move. Something in the way you do it. Something in the way you do it. Lieber Fasch, oder? Ich weiß. Ich hab kein beruhigtes Dinges. Ist da. Du isst es grad bestimmt nicht auf, oder? Ja. Oh, der arme Papa. Warum? Weil er gesagt hat, gib mir einfach das, was übrig bleibt bei euch. Iskeno. Ich hab schon fast alles aufgegessen. Ja, bei mir ist noch ein bisschen. Ich geb ihm das jetzt. Warte, du kannst meinst auch mitnehmen. Ich kann eigentlich nicht mehr. Ja. Was wolltest du mir sagen? Nichts. Das ist mir grad voll, du mal geguckt. So, ich bin grad schon dabei, den Blog zu schneiden. Beziehungsweise, ich hab ihn soweit fertig geschnitten. Und der ist einfach mal 21 Minuten lang. Und ich hab schon eine Menge weggeschnitten. Ich rede einfach zu viel. Vor allem am Anfang rede ich irgendwie 4 Minuten oder so. Also, ich glaub, das kürze ich nochmal ein bisschen. So, ich hab's jetzt auf 18 Minuten gekürzt. Trotzdem noch voll lang. Auf jeden Fall beende ich jetzt den Blog schon mal. Ich muss zwar noch ein paar Sachen machen. Aber da kann ich die Kamera eh nicht so richtig mitnehmen. Deswegen, ja. Wir haben auch schon 11 Uhr. Kann ich auch den Blog schon mal exportieren und hochladen. Und, ja. Neben mir findet ihr meinen letzten Vlog. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye.